Eine meiner Lieblingsfunktionen in Camtasia für Windows ist bzw. war, dass man im Camtasia Recorder das aufzunehmende Programmfenster quasi andocken konnte und dann die Größe des Fensters auf verschiedene Standardgrößen ändern konnte. Dadurch war klar, dass eine Aufnahme zum Beispiel exakt die HD-Maße 1280x720 Pixel hat. Ich zeige das hier im alten Recorder. Man sieht hier ein Fenster, was ich aufnehmen möchte. Das kann ich jetzt natürlich hier anpassen über die Anfasser und so weiter, aber es wird immer um ein, zwei Pixel wahrscheinlich von der Größe nicht ganz stimmen. Also was mache ich? Ich wähle im Recorder Aufnahme in diesem Programm beibehalten und wähle dann erneut die Größe aus und in dem Moment, wo ich da jetzt raufklicke, wird das Programmfenster in die richtige Größe gezogen und die Aufnahmegröße entspricht genau HD. So war das im alten Recorder. Jetzt starten wir mal den neuen Recorder. Im neuen Recorder kann ich zwar hier auswählen, welcher Bildschirm aufgenommen werden soll, wenn ich mehrere habe und ich kann auch einen Bereich auswählen, aber ich kann nicht genau im Nachhinein irgendwie die Größe bestimmen. Der Punkt in diesem Programm beibehalten ist leider nicht mehr implementiert. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist halt, dass man jetzt hier anfängt zu schieben und zu gucken, bis es passt irgendwie. So, das geradezuziehen, das Fenster und so weiter. Aber dann hat man eben genau dasselbe Problem. Das ist ein bisschen fummelig. Und vor allen Dingen, wenn ich später eine Aufnahme genau an dieser Stelle weitermachen möchte und den Recorder geschlossen hatte, fange ich von vorne an und suche wieder die Stelle, wo das Fenster hin soll. Es gibt eine Lösung oder sagen wir mal einen Workaround. Ich schließe den alten Recorder wieder. Und zwar verbirgt er sich, nachdem man die Version installiert hat, die Version 2021, verbirgt er sich im folgenden Ordner. Und zwar auf ihrer Festplatte, wo die Windows-Programme installiert sind, unter Programme, dann TechSmith, dann Camtasia 2021. Und da gibt es ein Programm, das heißt Legacy Camera Recorder. Und das können wir starten mit einem Doppelklick. Und ha, es ist unser alter Recorder und der funktioniert noch mit diesem Hilfsmittel in diesem Programm beibehalten. Und 1280x27 und dann können wir das aufnehmen und in Camtasia 2021 bearbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017